Lesen Sie weiter Ich bin total zufrieden mit der Kochkarte. Sie ergänzt meine Kochkapazität hervorragend und sieht obendrein noch elegant aus. Dieses Kochfeld ist mein perundlich erster Versuch mit Induktion zu kochen und ich bin begeistert. Ich hatte noch nie so schnell wie Frühstückseier fertig. Ich muss mich noch an die neuen Kochzeiten der unterschiedlichen Lebensmittel herantasten, weil ich das Gefühl habe, dass das Gargut manchmal etwas kürzer zum Garen gebraucht. Das könnte an den verschiedenen Watzsalen liegen, die zwischen dem herkömmlichen Herd und der Induktionsplatte zugrunde liegen. Die niedrigste Watzahl der Induktionsplatte ist vermutlich deutlich höhere Leistung, als mein herkömmlicher Herd auf niedrigster Stufe hat, da kocht das Gargut auf. Die Lieferung erfolgte schnell und das Paket war gut verpackt. Die Qualität ist gut, ich mag es sehr. Der Preis ist erschwinglich und praktisch. Die Feuerkraft ist groß und gleichmäßig. Die Funktion ist vollständig. Es lohnt sich. Bereits in Gebrauch, es ist einfach zu bedienen. Es ist auch wasserdicht, sehr praktisch. Die Berührung ist sehr bequem und empfindlich, und die Reinigung der Platte ist auch sehr bequem. Das Aussehen ist einfach und großzügig ist, was ich will. Dieser Induktionsherd ist sehr praktisch. Die Platte ist groß und stabil, deswegen es gibt gar kein Problem mit der Größenpfanne und Suppentopf. Ich habe diesen Induktionsherd hauptsächlich gekauft, um ihn auf den Esstisch im Wohnzimmer zu stellen und mit Freunden einen heißen Topf zu genießen. Dies ist mein Lieblingsgenuss im Winter. Habe mir diese Induktionsplatte als Zusatz für meine Außenküche bestellt. Da wir als Herd in der normalen Küche auch Induktion nutzen, habe ich einen Vergleich. Die Leistung dieser Kochplatte ist wirklich schön. Durch einen integrierten Lüfter wird die Platte gekühlt. Der Lüfter läuft auch noch eine Minute nach, sodass die Platte nach Gebrauch schnell wieder abgekühlt. Die Leistung der Platte ist stufenlose einstellbar und läuft wie gesamte Bedienung über Touch. Wenn man es ganz eilig hat, und der Induktion ist ohnehin schon schnell, gibt es eine Boost-Funktion mit man zählt, was er noch schneller zum Kochen bringt. Für mich ist das Gerät schon jetzt eine sehr coole Erweiterung in der Außenküche, die sonst aus verschiedenen Grillgeräten besteht. Mal schnell was zusätzliches zubereitet oder auch etwas wie Kartoffelkufe auf der Terrasse gemacht, damit nicht gleich wieder das ganze Haus riecht. Kein Problem hiermit. Bin sehr zufrieden damit und überlege jetzt schon gegebenenfalls noch eine Induktionsplatte mit zwei Kochstellen zu kaufen. Sehr geehrte Kochplatte. Ich habe schon mehr als drei solche Induktionskochplatten gekauft und finde ich diese hier die am besten. Entweder die Qualität sowie das Design und Features-Einstellung alles besser als die anderen. Außerdem ist diese Kochplatte auch fast zweifach schlanker als anderes. Damit können wir fast auf alle Platz legen und damit kochen. Dieser Induktionskochen funktioniert auch ganz schnell. Sehr günstig, nachdem ich den 20%-Kups verwendet habe. Especiale ist leichter als meiner Vorstellung. Und noch wichtig ist, wir alle brauchen sie, um wir in der Winterzeit zusammen und warm essen zu können. Für die Qualität kann ich noch nichts sagen, da ich auch das Produkt in der Nährzeit bekommen habe. Ich würde aber gern nach ein paar Monaten ein Feedback über die Qualität geben. Der Induktionsherd war schon immer ein Elektrogerät, das ich besitzen möchte, besonders jetzt, wo das Wetter kälter wird. Es ist sehr praktisch, einen Induktionsherd zu haben, um einen Termin mit Freunden für einen heißen Topf zu vereinbaren. Dieser Induktionsherd hat eine einfache Bedienung, eine hohe Leistung und ein bequemes Garen. Er nimmt nicht viel Platz ein und passt daher gut zu mir. Da die Leistung des Ofens in meiner Küche sehr gering ist, brauche ich viel Zeit zum Kochen. Ich koche oft chinesisches Essen und ein leistungsstärkerer Herd kann meine Bedürfnisse erfüllen. Nachdem ich verschiedene Induktionsherde verglichen hatte, entschied ich mich für diesen. Es ist kostengünstig. Nachdem ich die Ware erhalten hatte, versuchte ich es einige Tage lang. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Herd und spare viel Zeit beim Kochen. Es erwärmt das Essen schnell und gleichmäßig. Der Verkäufer lieferte sehr schnell und die allgemeine Produktqualität ist ausgezeichnet. Unmittelbar nach Erhalt habe ich mit meinen Freunden einen Eintopf gegessen, und die allgemeine Nutzung fühlt sich bequem und schnell an, sehr gut. Das Gewicht des Induktionsherdes ist relativ gering, seine Oberfläche ist mattiert, sehr leicht zu reinigen, es gibt insgesamt viele einstellbare Gänge, und auch die Aufheizgeschwindigkeit ist sehr schnell. Darüber hinaus gibt es eine Timer-Funktion, die sehr bequem zu bedienen ist. Wie der Titel schon sagt, ist es ein Must-Have und ein sehr guter Küchenhelfer. Das Paket kam pünktlich und gut verpackt an. Die Abmessungen sind sehr kompakt, 36x28 in der Tat ist es nicht schwierig, es in der Küche zu platzieren. Leicht zu bewegen, ist seine Wartung auch anspruchslos, da ein Schwamm ausreicht, um es zu reinigen. Die maximale Leistung beträgt 2000 Watt. Tatsächlich bemerkte ich, dass das Essen schneller die Temperatur erreicht als bei normaler Verwendung von Gas. Außerdem lehnt sich die Wärme auf der Platte homogen aus. Ich kann es jedem empfehlen, besonders Camping-Liebhabern. Ihr Browser unterstützt HTML5 Video nicht. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.